Kennst du MKM Messer? Das hier, das ist das Pharah oder Pharah. Wenn du wissen willst, was dieses Taschenmesser, das übrigens auch 42a konform ist, kann, dann bleibt dran. Hallo und willkommen, da ist der Rainer Rossmann vom Survival Shop Überlebenskunst. Schön, dass du dabei bist. Da ist es nun dieses MKM Pharah oder Pharah oder schreiben wir unten, wie man das wirklich ausspricht. Dieses Taschenmesser, das hat mir der Tactical Dad geschickt und zwar hat er gesagt, Rainer, schau dir das an, erzähl mir ein bisschen was dazu und wie findest du das? Das Messer hat einen Böhler Stahl und daher, ich gebe da auch unten den Link auf Amazon, ist das schon eine gehobene Preiskategorie. Jetzt nicht die höchste, aber doch eine gehobene. Als ich das Messer das erste Mal angegriffen habe, habe ich mir gedacht, okay, wirklich schön sauber verarbeitet. Die Griffschalen, die sind aus Aluminium. Das Ganze ist ein Slip Joint Öffenmechanismus. Das ist also, da hast du hinten sozusagen einen Backlock, aber es ist kein Lock, weil er macht ja nicht zu. Ich weiß nicht, deine Rückenfeder, ich weiß nicht, und hängt dann hier bei 90 Grad und dann kannst du noch einmal aufmachen. Und das ist natürlich auch 42A-konform, weil erstens, es verriegelt nicht wirklich. Ich meine, es ist schon ein bisschen erdruckter, aber es verriegelt nicht wirklich. Und ein Handöffner ist es ja auch nicht. Also ich gehe davon aus, dass das ein 42A-konformes Messer ist. Und wenn man sich traut, könnte man es auch mit einer Hand aufmachen. Aber aufpassen, genau in diesem Bereich hier, da könnt ihr es zurückschnalzen. Und wenn dann da ein Finger drin ist, dann macht es Aua. Also bitte aufpassen. Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, habe in diversen Foren gelesen. Also ich habe keine Erfahrung damit, möchte ich gleich dazu sagen. Wie diese Messer überhaupt entstanden sind, italienische Messer, unterschiedliche Hersteller und ein Designer, dessen Namen ich mir nicht gemerkt habe, ein ganz wichtiger und cooler Designer, haben das entwickelt und haben dieses schlanke Taschenmesser rausgebracht, das normalerweise ohne Clip angeboten wird. Und die Firma muss jetzt gleich nachschauen. Tools4Chant hat eben genau diese Spezialversion herausgebracht, wo es eben auch diesen Clip gibt. Und ich muss dazu sagen, er stört überhaupt nicht beim Arbeiten. Das tut er überhaupt nicht. Das ist wirklich sehr, sehr nett gemacht. Das Messer insgesamt liegt auch für so durchschnittliche Bratzen, wie ich halt habe, auch angenehm in der Hand. Da gibt es überhaupt nichts. Keine abstehenden Kanten. Um den Preis darf ich mir das auch erwarten, dass da überhaupt alle Kanten schön abgerundet sind. Und auch hier hinten hat dieses, ich will immer Backlog sagen, aber es ist es nicht, diese Feder, diese Rückenfeder hier, die ist auch schön gemacht. Also da steht nichts ab, wie man das zum Beispiel bei günstigen Kinamessern immer wieder mal hat, aber die kosten halt auch deutlich weniger. Dann hier hinten, da wäre jetzt ein Loch für einen Fangriemen, wenn man den installieren möchte oder was auch immer. Es soll so sein. Aber wie gesagt, es stört auf jeden Fall nicht. Es liegt sehr sauber in der Hand. Und auch dieser Aluminiumgriff lässt das Messer, wie soll ich sagen, doch sehr angenehm erscheinen. Also insgesamt gefällt mir das. Und ja, ich würde sagen, wir schnitzen was. Ich meine, man muss ja dazu sagen, es ist ein EDC-Messer. Also das ist jetzt nicht ein klassischer Schnitzmesser, wo ich sage, ich gehe in den Wald und schnitze meinen Löffel. Aber natürlich kann es das auch. Sondern das ist einfach so ein Messer, das du ganz einfach immer schön dabei haben kannst. Brauchbare Klingenlänge. Ich meine, in der Stadt brauche ich nicht so ein... Ich meine, kommt darauf an, was man tun will, aber ernsthaft. Nein, das braucht man nicht. Paket aufschneiden, Jausenbrot aufschneiden, also Semmelbrötchen aufschneiden, sowas. Das passt alles ganz gut. Verpackungsmaterial wegmachen. Vielleicht irgendwas einmal öffnen. Aber ich muss dazu sagen, es ist halt schon sehr, sehr schnittig, das kleine Teilchen hier. Also das ist ein Buchenstab, mit dem ich schon oft gearbeitet habe. Also es macht wirklich Spaß, da mitzuarbeiten. Ich muss aber dazu sagen, wenn du ein Schnitzer bist, also wenn das für dich relevant ist, für viele ja nicht, aber wenn das für dich relevant ist, dann wirst du, wenn du mit dem Powercut hier arbeitest, schon das Problem haben, dass der Clip hier etwas stört. Wenn du aber sagst, das mache ich sowieso nicht, ich gehe nicht raus in den bösen Wald und schnitzen Holz, dann ist das mit dem Clip natürlich eine coole Sache. Warum? Weil das Versorgen natürlich in einer Tasche viel, viel netter ist. Es steht natürlich auch etwas über, es steht etwas über, lässt sich dadurch aber auch gut greifen und ist gut gemacht. Also so wie ich das verstanden habe, hat der Designer ja eigentlich gemeint, er will absichtlich diesen Clip weglassen, damit es eben kleiner, schlanker, leichter ist und da es ja eher ein Hosensackmesser ist, ist das nicht notwendig. Aber da gibt es immer die zwei Fraktionen. Die eine, die sagen, diese Clips, das hasse ich, wenn ich das habe, weil immer wenn ich irgendeine... Und das ist so. Sobald du schnitzt oder irgendwas tust, dann stören die Clips immer wieder mal. Nicht bei allen Messern, aber bei denen hier beim Powercut, beim normalen Schnitzen. Nein, beim Powercut unbedingt. Und andere sagen wieder, ich brauche das. Ich brauche das, weil ich will, dass mein Messer an genau dieser Stelle versorgt ist und da möchte ich dann nicht lange nachdenken, mein Körper geht echt, jetzt habe ich das gespeichert, ich greife hin, ziehe auf, mache das Messer auf und kann dann damit arbeiten und kann damit tun. Was mir bei dem Messer auch aufgefallen ist, ist der Klingenrücken. Ich bin halt Bushcrafter und Survivalist. Das heißt, ich habe immer den Feuerstahl-Gedanken. Der wäre scharf genug, um das zu tun. Ich tue es aber nicht, weil es nicht mein Messer ist, aber das wäre scharf genug. Besonders hier vorne. Wenn du da mal reinschaust, siehst du, da fällt dann der Klingenrücken ab und da vorne ist es wirklich sehr schön spitz. Problem aber auch, dass ich da einen großen Hebel hätte durch den Verschlussmechanismus. Also da muss man aufpassen. Also eigentlich will man den Feuerstahl nur an dieser Stelle bedienen. Es wäre aber scharf genug, um das trotz alledem zu machen. Das ist okay. Und diese kleine Einbuchtung hier in dem Messer. Also ich habe mir sagen lassen, dass das eigentlich dazu gemacht ist, um, wenn man jetzt auf irgendjemanden oder irgendein Tier oder einen Menschen einstechen will, dass da irgendwie das Blut besser rausrinnen kann, wenn man da, ich habe keine Ahnung. Vielleicht magst du mir schreiben, wofür das eigentlich funktional wäre. Ich glaube aber nicht, dass dieses Messer zum Stechen wirklich vernünftig geeignet ist, weil du siehst schon da. Aber das ist wahrscheinlich ein Design-Element und schaut ja auch ganz nett aus. Und wenn dir dieser Style von dem Messer gefällt, ist das auch okay. Und ein letztes Mal, und ich halte dann die Schnauze, ist das abfallende Griffstück hier. Ich finde das wirklich sehr angenehm dadurch, also zumindest bei meiner Hand, aber Messer musst du immer selber in der Hand halten, das ist ganz klar. Ich finde das sehr angenehm, das Messer lässt sich dadurch sehr gut greifen. Und jetzt sage ich es noch einmal und ich weiß, Tactical Dad hat das gekauft bei der Firma Tools for Chance. Und ich gebe euch da auch den Link dorthin und ich habe mit denen nichts zu tun oder sowas. Und das ist auch bitte keine bezahlte Werbung oder so irgendwas, überhaupt nichts. Der Tactical Dad hat mir das geschickt und hat gesagt, schaust du an und mach ein Video, wenn du magst. Also wie gesagt, und die haben extra diesen Clip hier drauf gemacht. Und wenn du ein Clip-Fanatiker bist, dann ist das wahrscheinlich die richtige Lösung für dich. Ich muss aber etwas sagen, dass ich gerade bei diesem Messer, und das ist jetzt eigenartig, normalerweise bin ich auch ein Clip-Freund, aber gerade bei diesem Messer, vom gesamten Angreifen her, würde ich jetzt zum Beispiel den Clip nicht nehmen. Aber jetzt kommt es. Das Geniale ist, da sind ja da so kleine Schaufen, ich weiß nicht, sind das Torx oder Sechskant oder was, da muss man helfen. Schreibt mir unten einen Kommentar, damit ich wieder was lerne. Ich zeige es noch einmal her. Auf jeden Fall, die kann man ja rausnehmen. Und potzblitz, dann nimmt man sich diesen Clip runter, aber man kann ihn bei dieser Art von Spezialausführung von dieser Tools for Chants nämlich drauf machen, wenn man ihn will, und runternehmen, wenn man sagt, ich will ihn doch nicht. Bei den Standardmessern, die ich auf Amazon gefunden habe, gebe ich da auch unten den Link, da gibt es diese Möglichkeit überhaupt nicht. Da ist das Messer einfach so, wie es ist, ohne Clip. Ja, und das ist der Mehrwert, und das finde ich gut gemacht, wenn man nämlich tauschen kann. Das ist immer gut, dass man es manchmal braucht, und manchmal braucht man es nicht. Mir taugt das ganz einfach, und das war's. Ich mag dir um einen Kommentar bitten, hast du dieses Messer, wie taugt dir das Messer, erzähl uns ein bisschen was, oder sagst du, ich würde niemals so viel Geld für so ein Messer ausgeben. Ist auch okay. Mag dir um einen Daumen nach oben oder nach unten bitten, ganz wie du magst. Ein Abo, ein paar andere Videos zum Anschauen, es war super, dass du wieder dabei warst. Dein Rainer Rossmann, bis bald, und schick mir vielleicht auch dein Messer. Ciao.